Ich werde jetzt das starten, aber wir werden jetzt nun schon ein kleines Problem feststellen. Wir haben zu wenig Pause. Dafür habe ich eine Lösung, aber ich starte einmal diese Lektion. Ich habe allerdings alles genau auf dem Übungsplan beschrieben. Jetzt musst du deine Bubble benutzen, aber bitte nicht auf der Luft gehen, das ist sehr wichtig. Ich zeige euch jetzt, was du musst tun. Du musst hören und dann antworten mit der Bubble. Hier ist Oskargo 6, Romeo Delta Delta. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kann nicht hören, weil ich meine zweite Bubble in die Ruhe bringen kann. Ich habe das jetzt einmal ganz genau erklärt. Hören und mit dem Bubble nachgehen. Ich kann ja singen, was ist ja die Möglichkeit. Und das versucht mich jetzt nun bitte zu machen. Hören und mit dem Bubble nachzugeben. Frage, Antwort zu wissen. Ein, zwei, eins. Die USA ist Oskargo 6, Romeo Delta Delta. Befehl. Das ist eine große Herausforderung. Frage, Antwort. Interessant. Verwärtskollektor. Das ist ein, zwei, drei, zwei, drei. Verwärtskollektor. This ist ein, zwei, zwei, zwei. Anfänger, sie können Sie können Sie 6000 von. Dann können Sie können Sie haben von der Wärtskollektor. Das ist ein, zwei, drei, drei. Wärtskollektor. Diese Frau Dr. Wärtskollektor ist ein, zwei, drei, zwei, drei oder drei. Und Sie können Sie sich selbst mit dem, eine Musik von Äkollektor. Das war's. Die Pausen werden schon etwas kurz. Noch zu, wie kann ich meine CW-Zeichen überprüfen. How can I check is correct my key or not? Please, you must use a decoder, for example the CW-GET and then you can check is your letter correct or not. This is a marine board in the US Union and a teacher at the same time. It is a little more difficult, but it is possible. So, fünfter Punkt, wenn die Pausen zu kurz sind. Das ist das Problem bei Just Learn More Scale, man kann die Pausen nicht größer machen und auch nicht Wortabstand extra einstellen. Wenn die Pausen zu kurz sind, if the brakes are too short, then use my corrective, dann musst du meine corrective verwenden. You must go to the US.com and there is a link to the download. Du musst auf meinem QRZ.com gehen. Und dort ist ein Link. Download characters. Das alles schön rundem an edited today. Ich habe es heute aufgeladen und das würde ich jetzt einmal vorführen und dann haben wir genug Pausen. Jetzt musst du auf Just Learn More Scope, Source, Text, Lines. Das ist alles genau beschrieben. Es ist alles auf der Bildungsplan. Text, Lines. Wenn Text, Lines ist sehr gut, ist sehr gut, weil die Buchstaben, wenn immer die Text, Lines sind sehr gut, immer die Text, Lines sind sehr gut. Und es mixen die Letters. Dann, du musst klicken Start. Dann, du musst fragen, Caracters 5. Nun musst du an den Characters 5. Nun kannst du an den Characters 5. Anklicken du in den Characters 5. Du kannst dich jetzt nicht so sagen, du musst dich an den Characters 5. Nun, Characters 5. Acht dir jetzt! Du klick Characters 5. und öffnen. Jetzt kann man listen und key in und you will have enough space. Hier ist Oscego 6 Romeo Delta Delta C Visual Grad. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Abkürzung ist aberration, das ist die short word, um, this paper download, uh, and you must also learn this, um, aberration and cue, uh, cells, here, of the book, now is a little, so, is here, lets start a quick Moses Ehm, Verste tror Prophet Der nächste minus水ung geladen hat dann die Abkürzungen aufschreiben, es kommen nur diese strip AWS dann vor, was wir bei Lektion durchgenommen haben, emails only with Connors in collector Kilo Mike, bitte aufschreien. Kilo Mike ist Kilometer. Vierer Kilo. Silent Key. Schutzzeilen. You. Uniform. Uniform ist You. Romeo. R ist Roger. Uniform Romeo ist You. An Kilo. Ich wiederhole diese abkürzenden Q-Gruppen auf unserer Homepage runterladen. You must go. Das muss mein Bellasharm, aber ich kann nicht mehr sprechen. Ja, es macht vieles Noise. Ich werde jedes Mal auch die Abkürzungen auffragen. Time ist Kilometer. KM ist Kilometer. SK. Silent Key. Schutzzeilen. You. A-U. You. Dr. Soja. Your. Ur. Uniform Romeo. Your and K. Is Kilometer. So, how can we do this practice now? You must go on our webpage. Zerifo-Irrazi müsste auf unsere Webseite wieder gehen. Ich habe vergessen auf Kurzzeit kommen, einen Link zu machen, aber es ist der gleiche Link wie Characters. Download Characters ist der gleiche. Und dort sind die MP3 zum runterladen. Punkt 6. Paragraph 6. Abkürzungen. MP3. Hören. Und...